Musik Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen auf Tele-DMW Hier ist Ihr Moderator Dirk Michael Westkamp Herr Westkamp Herr Westkamp Einen schönen guten Abend Ist ja lustig heute Hallo Ich grüße mal darüber, hallo Nebio Hier ist der Nebio Ich hätte jetzt was zum Thema zu sagen Ja Und zwar Busfahren Das was wir jetzt gesagt haben Das stimmt jetzt Weil es ist wirklich ein Horror mittlerweile Früher bin ich sehr gerne Bus gefahren Aber mittlerweile durch das 49 Euro Ticket Hartmann Weil die verdienen ja durch das 49 Euro Ticket Verdienen die nicht mehr so viel Also haben die zwei Buslinien zusammengetan Und entweder kommt der Bus verspätet Oder er kommt gar nicht Ich danke dir für den Anruf Wir haben ein neues Thema Nebio und erstmal wünsche dir noch einen schönen Abend Und erstmal danke, dass du mir bewiesen hast Dass mein Telefon funktioniert Schön, dass du angerufen hast Danke, ciao Also Gastherme um Himmels Willen Oder her damit Ich brauch das heute Ja, wollen wir nochmal jetzt den Anrufer annehmen Über WhatsApp Nee, da ist über O2 drin Schönen guten Abend An Michael Mit dem Steffen Hör mal Du hast doch immer so eine Gastherme So eine verrückte Ist doch Wahnsinn, oder? Was die Vermieter einem in die Bude stellen, oder? Ja, hatte ich schon Musste ich für zahlen Nein, nein, ich meine jetzt Ja, sie haben die Gastherme kaputt gemacht Bla, bla Obwohl es eine Altersschwäche war 1000 Euro, bitte Hä? Das machen die Vermieter gerne Um dich zur Kasse zu bitten Wenn du das Mietfeld beendest Also Was findest du denn besser? Einen Heizlüfter, der in 8 Minuten die Bude warm macht Oder eine Gastherme? Kommt drauf an, wie hoch du deine Rechnung haben willst Die Gastherme Der Heizlüfter braucht 8 Minuten Dann kannst du ihn wieder ausmachen Ist die Bude zu warm Ja, trotzdem hast du da mehr Strom verbraucht Als wenn du hier Fernwärme benutzt Und die Abgase, die dadurch entstehen Die werden halt durch Rohre gepumpt Welche Abgase hat denn ein Heizlüfter? Und ja, wenn Sie dazu dringend nochmal alles klarstellen wollen, rufen Sie an Ansonsten kommen wir jetzt zum letzten Thema Das ist das Remscherner Fernsehen TMW Mit wem sprechen wir denn da? Wunderschönen guten Abend Aus Bochum Hallo Bochum Ja, ich bin frohe Weihnachten erstmal an erster Stelle Ist das der Jan? Ich bin irgendwie ganz happy, dass ich durchkomme Ich bin nämlich großer Fan Jeden Sonntag, wenn ich einschalte abends Dann weiß ich irgendwie, wie die Woche jetzt wieder rum Und man kriegt ein Update Auch wenn man nicht natürlich aus der Nähe kommt Aber trotzdem, ich finde diese Sendung einfach herrlich Motorschaden hatte ich letztens Da sind wir über die Autobahn gegangen Da standen sie dann alle rechts So drei, vier Autos Überall war Schnee Das war noch vor ein paar Wochen Da war es ein bisschen stürmischer Ja, die kamen nicht vom Fleck Weil das sind E-Autos gewesen E-Autos? Das Problem ist nur, die haben die Reichweite Haben sie verschätzt Weil sie Heizungen angemacht haben und so Und dann standen sie da rechts Das ist so, was mir noch einfällt Zum Thema Motorschaden Also man sollte mit dem E-Auto Nicht in den Stau geraten Weil dann irgendwann ist die Batterie leer Und dann stehen die da So ist es Naja, man muss immer gucken Wenn man jetzt auch noch irgendwie Sitzheizung anmacht Und so, dann gibt es vielleicht keinen Motorschaden Aber dann macht der Motor und sagt nein Aber ich bin nach wie vor großer Fan Ich freue mich jeden Sonntagabend Zähle BMW, ich bin dabei Und was gefällt dir an der Sendung denn so? Das Format ist einfach mit Herz gemacht Das ist es, glaube ich Die Nummer 1 Mit Herz dabei Der Jingle Die Themen sind auch teilweise gut Also im Sinne von Die Nachrichten sind teilweise interessant Was los ist Das ist ja auch immer Da ist ja auch nicht immer viel los Seien Sie mal im nächsten Live-Talk bestimmt wieder dabei Das wird auch Ostern sein Mit vier neuen Themen Die wir dann mit Ihnen besprechen wollen Bis dahin Alles Gute Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020